Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute gibt es nach langer Zeit mal wieder ein My Little Box Unboxing, denn ich habe was Cooles zum Sparen für euch. Und zwar könnt ihr hier mit meinem Code 3 Euro auf eure 3 Monatsbestellung sparen und bekommt eine zweite Box dazu. Geschenkt einfach nochmal. Und zwar eine coole von NYX. Ich packe jetzt aber erstmal hier die Februarbox mit euch aus. Die würdet ihr natürlich dann auch bekommen. Und zwar nennt sie sich Polarstern. Ich zeige euch, was da drin ist. Wie immer ganz liebevoll eingepackt. Ihr kennt das, wenn ihr bereits Videos davon von mir gesehen habt. Und wir fangen an mit so ein paar coolen Handschuhen. Die kann man immer gebrauchen, gerade so zur kalten Jahreszeit. Irgendwie wird es ja gefühlt nicht wärmer. Genau, dann haben wir hier einen Mizellenreiniger von NYX. Die sind auch ziemlich hochpreisig sonst. Also finde ich ganz cool, weil so einen Reiniger kann man immer gut gebrauchen. Und mir ist sogar was runtergeplumpst. Und was haben wir denn da? Ein Kabel-Teddy? Oder was ist das? So sieht das aus. Ich packe das mal aus, was es sein könnte. Freddy! Der Freddy ist auch schon ganz gespannt. Achso, da könnt ihr euer Aufladekabel reinstecken, damit das nicht knickt. Voll süß, oder? Schenke ich dir meinen Schatz. Bitte schön. Ich brauche nicht. Brauchst du nicht? Hast du kein Kabel? Kannst du spielen mit. So, dann eine coole Sache, die ich gerade gesehen habe. Und zwar ist das so ein Ringaufsteller. Ja, ein Eisbär ist das. Schön, ne? Und das finde ich sehr, sehr gut, weil meine Ringe fliegen immer rum einfach. Und das ist wie so eine kleine Pyramide. Na, das finde ich so. Oh, sogar richtig schick. Ich hätte jetzt mit so Alu oder so gerechnet. Guck mal, so sieht das aus. Und dann könnt ihr einfach die Ringe da drauf stapeln. Voll die gute Idee. Habe ich noch nie gesehen. Finde ich richtig. Brauchst du auch? Du hast doch gar keine Ringe. Der Freddy, ja, richtig süß. Was haben wir hier? Von My Little Beauty selber. Oh cool, eine Nachtcreme. Nachtcreme ist finde ich immer super, weil sich einfach die Haut super regenerieren kann in der Zeit. Freddy. Hallo. Ja? Darf ich weiter drehen? So, dann nochmal von NYX. Und zwar ein Creme Gel Multi Correction. Das scheint mir sowas wie so eine BB-Creme zu sein. Mal gucken. Also dunkel sieht sie jetzt nicht aus. Ist so eine Rosé-Creme. Riecht sehr, sehr gut. Und macht auf jeden Fall ein schönes Hautgefühl. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Clou. Denn es gibt eine zweite Box geschenkt. Diese Box ist leer. Und zwar bekommt ihr einfach, wenn ihr mit meinem Code die Box bestellt, noch eine zweite Box von NYX geschenkt. NYX kennt ihr bestimmt auf einem DM oder so. Und zwar ist das halt so die Beauty-Marke. Richtig coole Sachen gibt es da. Und die haben eine Box zusammen mit My Little Box gemacht, die ihr einfach nochmal so mit oben drauf bekommt. Und ihr wisst ja, was NYX sonst kostet. Also es ist echt eine Menge. Oh, cool. Da kommt mir schon so eine Glitter-Tasche entgegen. Finde ich richtig süß. Ich hoffe, das kommt jetzt hier so zur Geltung, was hier so richtig gesitzerig ist. Und jetzt packen wir mal aus, was da so drin ist. Ich sehe hier auf jeden Fall schon mal einen NYX Lingerie. Die sind richtig cool. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt nicht so überbrichtet. Die Farbe ist auch echt ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob da verschiedene Farben drin sind oder ob das immer diese Farbe ist. Ich hätte jetzt auf jeden Fall den Lipli 02. Die Farbe ist auf jeden Fall nice. Das haben wir hier noch drin. Ein Bronzer oder was ist das? Genau, ein Bronzer, so ein Stift-Bronzer. Finde ich auch richtig cool. So ein To-Go mal eben. Man hat ja nicht immer so einen Pinsel dabei. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und dann ist hier noch so ein kleiner Spiegel in demselben Glitzer mit drin. Und jetzt kommt das Highlight, Leute, was ich gerade schon gesehen habe. Damit habe ich tatsächlich schon mal so geliebbeugelt mit so einer All-Over-Face-Palette. Richtig geil zum Konturieren. Guckt mal, das ist alles da mit drin. Ihr habt neuen Lidschatten mit da drin. Ihr habt Highlighter drin. Ihr habt Kontur drin. Und ihr habt so ein Eyebrow-Set mit drin. Und so sieht das Ganze aus. Das ist auch sehr cool. Das ist die Farbe 01, also auch was für hellere Typen. Ein Spiegel ist mit drin. So sieht die aus. Voll schön. Das ist einfach mal geschenkt. Mega, mega gut. Ich hoffe, euch haben die Boxen genauso gut gefallen wie mir. Ich fand sie auf jeden Fall sehr, sehr gelungen diesmal. Und ja, wenn ihr euch die bestellen wollt, wie gesagt, ich verlinke euch alles in der Infobox unten drin. Auf diesem kleinen Dreieck. Dann könnt ihr da hinkommen. Und wenn ihr meinen Code-Hang verwendet, könnt ihr noch ein bisschen was sparen und bekommt die zweite Box geschenkt. Ich glaube, das ist ein cooler Deal. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Verlinke euch hier noch zwei neue Videos zu meinem Abo-Kanal. Und falls ihr noch kein Abonnenten eines Kanals sein solltet, so, sagt Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura. Und da kommt noch der Freddy. Hi, willst du Hallo sein? Hallo. Das ist zwar das Video schon fast zu Ende, aber jetzt will er einmal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Wicke, wicke. Wicke, wicke. Wicke. Wicke.